Peace, herzlich willkommen auf meinem Konol. Nur kurz Ankündigungsvideo, weil ein Noob fährt zur IA. Oh Gott, ja. Folgendes, ich fahre am Donnerstag den 12. nach Frankfurt. Ich besuche einen todkranken Patienten, den es vielleicht nicht mehr lange gibt. Und ich habe mir gedacht, bevor er weg ist, fahre ich nochmal die IA in Frankfurt. Alle zwei Jahre. Dieses Jahr ist es wieder so weit. Es gibt ja jede Menge auch E-Autos, die dieses Mal gezeigt werden. Schon lange überfällig. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Vor 10 Jahren sowas. 10, 12 Jahre. Und da gibt es dieses Mal hervorragend viele neue Fahrzeuge, die man vorstellen kann. Und die ich auch vorstellen will. Die meisten kennen es ja so. Und andere können es professioneller. Dafür ist keiner so nubig wie ich. Jeder braucht seine Existenzberechtigung. Schreibt es mir bitte unten in den Kanal rein. Also, in die Kommentare. Was wollt ihr gerne sehen? Ich habe die Möglichkeit, ja, alles zu zeigen. Bloß, was hilft mir das, wenn ich euch das zeige, was euch gar nicht interessiert? Also, E-Autos, ja, zeige ich ja sowieso. E-Mobilität, vielleicht zwei Räder. Ich weiß nicht, was alles da ist. Wäre mich ein bisschen schlau machen. Wäre dann am Donnerstag in der Früh losfahren. Dann mit dem ICE weiter düsen. Und werde dann eure Kommentare durchgehen und einfach das zeigen, was ihr wollt. Nicht, was ich will. Soll ja eure Sendung sein. Ich werde auch kein einziges Video machen. Ein langes Video, das dann 8,5 Stunden dauert. Schaut ja keiner an, sondern ich werde es wirklich dann so aufteilen mit Überschriften. Achtung, hier das und das Auto. Und dann wird vorgestellt. Also, ich werde es ein bisschen kürzer halten. Dafür mehr. Vorteil für euch, ihr braucht es nicht so lange anschauen. Vorteil für mich, mehr Arbeit. Ja, aber ich mache das für euch gerne. Also, schreibt es unten rein. Eure Wünsche. Und schreibt nicht rein, wie ich mich dann irgendwie an solche Hostetzen ranbacke, weil das wird sowieso passieren. Jawohl. Wir sehen uns in Frankfurt. Und wenn nicht, dann hier auf dem Kanal. Wiedersehen.